mit ein herzliches willkommen zu einem neuen projekt hier auf dem kanal und zwar spielen wir das spiel cooking simulator das ist ja schon bekannt das habe ich zu meinem ein jahr voll p special gespielt aber heute spielen wir das ganze mit dem pizza dlc ja und dieser komische klubschie typ das sagt uns mal was hallo und willkommen papa peppers pizzeria du siehst vielversprechend aus ich möchte ein paar meiner geheimnisse mit teilen und wenn du dich gut anschließt dann könntest du sogar diese pizzeria in deiner ausbildung beginnt jetzt na klar du weißt das bestimmt schon alles aber lass uns trotzdem mit dem grund lang anfangen ich zeige dir wie man eine pizze mit vorbereiteten zutaten zubereitet sie im ofen back und dann serviert jawohl fangen wir mit dem boden der pizza an den ohne denn ohne boden keine pizze dafür musst du den pizza teig ausholen hol dir etwas teig und lege ihn auf das backbrett ok hier haben wir ein bisschen teig ja ich habe lange nicht mehr das spiel so da ist dieses brett oder so um so da haben wir jetzt mal unseren teig noch ein kleinerer das gibt es auch noch größer wenn das gehen denn da soll ich nehmen ok oh ja wir haben die mozarella wie kann ich das nochmal bewegen jetzt kuh und e träumchen und zack zwei mal und dann hier basilikum ich habe das dlc schon ein bisserl gespielt also nicht von warum ich manche sagen schnell kann so immer auch dieses tutorial aber ich spiele es jetzt nur damit ihr wisst wie es geht so einmal holz bitte so hier rein träumchen der muss jetzt auf grün ein damit ja immer mehr immer mehr so pizza schaufel aufheben machen wir wenn wir hier unsere pizza sollte eigentlich margherita sein eine margherita eine pizza margherita pizza pizza margherita warte bis die pizza weitergegangen ist es dauert jetzt ein bisserl wir sehen uns nachher wieder so die pizza ist jetzt fertig nehmen wir sie mal raus da haben wir sie sehr schön so nehmen den teller und geben ab eine margherita alles passt jawohl was anderes hätte ich nicht erwartet so blablabla so da redet jetzt ein bisschen was pizza profi ding neoplanischen ding anheften ja das sind unsere quests mit denen wir halt dann noch was zusätzlich bekommen so machen wir jetzt da mal was ich weiß eh wie es geht eine tute mehl eine tute mehl mach mal mach mal an so träumchen äh ups ja da kommt doch noch was rein da guck mal an hier bitte so hier fast dann brauchen wir hier ich gebe das einfach mal da her Wasser Salz und Hefe ok das ist ja wir haben da unten so da so hier haben wir irgendwie nichts drin mit Salz oder sowas dann hole ich mal alles aber das mache ich oben so Wasser können wir aber mit diesem Eingrug nehmen wir brauchen Hefe hallo Hefe Kaufen Danke Salz das wird deutlich mehr würzend sein so Salz, also ob wir kein Salz haben. Gewürze, Salz, einmal kaufen bitte. Eine Glenda bitte. So, 125 Gramm Salz ist ein bisschen viel für meine Verhältnisse, aber in Ordnung. So, dann brauchen wir einmal Wasser. Das gibt es hier, kleiner Tipp vom Profi, gibt es hier eine Kanne. Und dann kann man hier zu dem Wasserhahn gehen. Genau, so, ist da drunter. So, vier Liter braucht man. Kommt jetzt da gleich raus, ich sehe es jetzt schon. Machen wir es mal so. Wir sehen keine Wassergeschmennung. Ja, jetzt haben wir zu viel drin, das ist mir ziemlich wurscht. Jetzt hat es voll lustigerweise geklappt. Hier beim markierten Hebel. Dann warte, lass mich das noch abstellen. So, einmal Hebel. Bam. Jetzt. Ja, es passt schon. Jetzt Start. Quest Villa, jawoll. Dann beim Smartphone startet die Pizza-Ding-Profi. Salz, habe ich auch so viel mehr drin. Pizza-Profi. So. Soßen. Na ja, ne? Und anhelfen. So. Jetzt nehmen wir uns da den Korb und holen uns San Marzano Tomatos. Wenn ich wüsste, wo die halt sind. Hä, da. Äh, die ändern das da immer ständig. Knoblauch, weil es jetzt... Ah da, San Marzano. Oh, hat er gerade das Wort Fett gesagt? Oh, hat er gerade das Wort Fett gesagt? Vier. Sonst. Ja, jetzt geht's wieder hoch. Sagt er, die grüne Linie. So. Jetzt gehen wir dann hier in diesen Korb-Mixer rein alles. Ja, ich habe mich nicht verzählt. Ich bin stolz auf mich. Ich kann zählen. Wenig, ich viel kann, aber das kann ich. Stell den Korb ab. Das mache ich. Drücken. In den Korb-Mixer. Mach mal. Olivenöl. Was wir da alles bauen immer. Olivenöl, Flüssigkeiten. Olivenöl. Und wie viel brauche ich da jetzt? 200 Milliliter. Ja, das war jetzt ein bisschen viel. Das ist ja wurscht. So, Salz. Wo habe ich das hingestellt? Ja, Salz kommt rein. 35 Grammos. Passt. So. Oregano getrocknet. So, ich nehme mal an, dass es so eine Gewürze ist. Ja. So, habe ich ja lange nicht mal gespielt, das Spiel. So, ein Träumchen. So. Ja, die Dialoge können wir uns sparen. Äh, ein Lehrer gehen. Behälter. Machen wir das doch. Da kommt es rein und dann drückt man Start. Abholen. Korb. Ja, was soll ich machen? So, dann schwarze Zwiebeln. Süßer Mais. Mais war heiß. Salami. Dann weiße Zwiebeln. Eine Mozzarella. Und Mozzarella ist so lecker. 200 Gramm. Das passt. Und machen wir wieder zu. Wink, Rita Thunberg. Und dann passt das. Ja, denkt nachdem schon. So, nimm den Gn-Mail aus dem Kochmixer. So soll es sein. Oh, lecker. Junge, das nenne ich mal eine... Ähm. Hier ist das. Marinara-Sauce. 300 Gramm Salami. Hallo. Wir machen das ja ganz einfach so. Dann geht es schon einfacher. Nimm den elektrischen zur kleineren. Elektrische Halbe zur kleineren. Was ist das? Ein leerer Gn-Behälter. Oh. Schaut hinein. Mach mal. Nimm mal die 200 Gramm Mozzarella. Geh mal da hin. Das weiß ich noch. Dann nehm mal da den zerkleineren. Geh mal da rein. Und drücken. Start. Alles passt. Nimm eine weiße Zwiebel. Äh. Eine weiße Zwiebel. Ja, moin. Das stimmt, weil das wird dann so markiert. Ja, ja. Weiß schon wieder, warum nur eine. Jetzt soll ich den Korn nehmen und jetzt gehen alle Zwiebeln ran. Äh. Hallo. So. Ich freue mich auf einen Lern-Gn-Behälter. Mit einem süßen Mais soll ich da nehmen und Lern-Gn-Behälter. Hallo. Grüße. So. Grüße. So. Hose auffüllen. Besser ist das. So. So. Und in das Gn-Regal. Wie ist das? Wie ist es für eine Maschine? Bum, 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 bum. So. Gib einen Gn-Bel. Das mache ich doch lieben gerne. Und dann drücken wir Stern. Einmal schwarze Oliven. In diese Speichern geht mir wohin. Schnapp dir den Teigtablett mit der Lingenmaustaste, ganz stark gedeutscht. So, haben wir gemacht. Bisschen italienisch. Wieso muss man den Blödsinn halt immer dorthin geben? So. Hallo. Oh, passt. Durch den Raum, das passt. Hier zum Arkeidenbereich, ja. So, nee. Was soll ich da machen? Änderungsphase ab. Also, mit der Uhr. Oh. Quack, Silber. Ja, ja, ich hab... Drücke zum Fahrradfahren, bla bla. So. Oh. Können die Linie folgen hierhin? Ehe, dieses Speichern. So, hallo. Ja, haben wir schon verstanden. Eine Bestellung aufnehmen, bitte. Ein Getöne, bitte. So, eine Buchlise. Was brauchen wir dafür? Okay. Machen wir. So. Jetzt aber. Wir brauchen einen mittleren Teig. Hallo? Groß? Nee. Warte, das ging ja so, dass man da hängen konnte und Teig portionieren. Jetzt haben wir hier eine mittleren. Klein und mittel. Okay. Ich brauche den mittleren. So. Guck mal, mal ausweigen. Träumchen. Oh, das nenne ich Pizza. So. Dann brauchen wir eine Marinare-Soße. Wir nehmen da die frische von uns. Oh, lecker. Lecker Schmicker. Achso. Nein. So. Bla, bla, bla. Mit Mozzarella. Einem. Ich weiß. Passt perfekt, oder? Ein Träumchen. Ich hasse es. Ja, jetzt isst er zu viel oben. Weil da die eine Olive da weggeflogen ist. Oder einen mittleren Teller. Machen wir so. Dann. Wie viel? Nein. Geh da. So hin. Dahin. Warum muss ich das jetzt machen? Warum kann ich das nicht da machen, wenn ich die Pizza back? So. Rein da. So. Raus damit. Ach. Immer diese Schweichern. Oh. Nein. Ach. So ein Blödsinn. So. Nein. Boah. Wieso sind hier die ganzen Dinger so doof? Hä? Was? Wie kann der... Oh. Guck mal. So. Servieren. Passt schon. Pugliese. Nehmen wir mal mit. So. Anheften weg. Stufenaufstieg. Was nehmen wir uns? Champignon. Bistfilla 50 XP gefällt mir. Kann man mal machen. Schau dir das Zertifikat an. Oh. Wir sind super. So. Und somit gehört uns jetzt die Pizzeria. Ja. Und jetzt sind wir auch am Ende der Folge angelangt. Und wenn ihr mehr vom Cooking Simulator die Pizzeria sehen wollt, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ja. In der nächsten Folge mache ich vielleicht mal Pizzas, die ihr wollt. Wir müssen ja uns nicht immer die Rezepte halten. Also schreibt mir ein paar Rezepte in die Kommentare. Und wir sehen uns vielleicht in einer weiteren Folge vom Cooking Simulator, die Pizzeria. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.